Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Das deutsche Volk ist nicht mehr feind. Wenn sie aufgehen, werden sie gut behandelt. Im Erhalt des Waren Beste, wahren Bekleidung und medizinische Versorgung, die deutsche Armee gibt ihr euch! Haha, erwischt. Oder? Ja, den hab ich erwischt. Den auch. Gut. Ja, das geht jetzt im Endeffekt das ganze Spiel über so. Von Deckung zu Deckung. Kaste! Und... Gehen wir erschießen. Du sollst liegen bleiben! Ich hasse, dass wir nicht immer wieder aufstehen, diese Nappel. Ich bin noch geduckt. Schön. War's das? Hab ich alle erwischt? Nein, hab ich nicht. Da oben ist auch noch einer. Na, muss die Munition jetzt leer sein. Den hab ich erledigt. Und den oben auch. Gut. Das wäre jetzt nicht so schön, dass ich... Oh, Mann! Ich dachte, der ist tot! Okay, jetzt aber. Immer! Alter! Jetzt hab ich ihn erwischt! Meine Fresse, ey! Das fängt ja schon mal gut an. Okay, um den brauche ich mich nicht kümmern. Das machen meine Kollegen schon. Nehmen wir mal die Mad-Kids hier mit. Ist so scheiße gelaufen jetzt schon. Spiel gespeichert, okay. Ja, leck mich doch mal! Hallo, stirbst du mal? Hab ich noch was anderes hier? Der Feind! So. Dioten. Jetzt hab ich so viel Munition von der PPSH verschwendet. Das kotzt mich schon wieder richtig an. Äh... Oh, Verzeihung. Ah, da kann ich nicht schnell genug das Mikro ausmachen. Ähm... Nehmen wir das hier mal mit. Danke. Und machen weiter. Ich möchte das gerne schaffen. Und zwar ohne dabei drauf zu gehen. Zeig dich! Den hab ich auch erledigt. Sehr gut. So. Den ist er dich. Da ist auch ein Bannarek. Ist da noch einer? Ich fürchte, ja. Na komm, zeig dich. Du sollst dich zeigen. Na also, es geht doch. Erledigt. Wo ist der andere? Der Kiste ist ja noch. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr auf das Sniper gewährsetzen, denke ich. Ich bin zwar vorhin schön mit der PPS-Sache hier durchgesprintet, aber das funktioniert leider nicht immer. Habe ich den erledigt? Ich denke, ja. Ja, habe ich. Okay. Scharfschützen wieder. Haha, Versager. Okay, weiter geht's mit der PPS-H-Anschlag, denke ich. Gut, nachladen wir schnell. Scheiß Scharfschützen leckt mich an den Füßen hier direkt weg, ey. Okay. Jetzt nix. Da! Oh! So, okay. Wir sind erledigt. Ja, bleib liegen. Hey, du bewegst dich nochmal. Ah, so viel Schuss habe ich jetzt aber nicht mehr, wa? Ein Magazin. Boah, dann verballer ich das an diesem Fregel hier. Gibt's ja nicht sowas. Okay, ich gehe nochmal schnell rauf, wo man das Matpack, bevor es weitergeht. Da muss ich gucken, wenn ich noch eine andere Waffe hole. Hm, mal sehen. Aber eigentlich könnte ich nur, wenn ich nur eine andere Waffe nehme, wenn ich die PPS-H wegschmeiße. Das möchte ich eigentlich nicht. Denn das Scharfschützengewerbe mit so viel Munition ist schon ziemlich geil. Okay. Nimm mal eins. Nimm mal zwei. Okay. Dann lassen wir das nicht mal schnell nachfuhren, bevor es weitergeht. Da soll immer schon genug Schuss da drin haben. Und machen wir mit der PPS-H weiter. Wir haben es aber auch gleich geschafft, glaube ich. So lange ging das hier nicht mehr. Hier kamen noch ein, zwei knifflige Passagen. Arschloch. Okay, das sieht gut aus. So. Warum glaube ich, dass das nicht stimmt, was der Kerl da erzählt, ha? Woran ich das wohl? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären. 50 Schuss noch, da muss ich jetzt echt sparsam mit Haushalten. Okay. Ah, die Stelle ist es. Oh, das wird lustig. Aber es scheint noch zu klappen. Ah, steht daneben. Komm, zeig dich. Mist, ey. Ich habe kaum noch Munition. Ha, 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 ha. Erwischt. Versager. Okay. Ups, der gehört zu mir. Sorry. Ah, jetzt habe ich schon wieder Munition verschwendet. Scheiße. Okay, was hat der hier liegen? Ja, komm. Mit 18 Schuss brauche ich das nicht machen. Nehme ich mal die MP mit. Gut, da habe ich noch 25 drin. Mal sehen, was hat er hier. Nichts. Hm. Und die MP44, die hat noch ein paar Schuss mehr. Nehme ich die mal mit. Das ist aber ordentlich gerade viel. 30, 42 Schuss noch insgesamt, ha? Genau. Und wo ist der andere? Da. Den müsste ich jetzt auch erwischt haben. Scheint so. Gut. Was passiert hier? So. War das jetzt gut? Ey, sag mal. Ich habe schon wieder so viel Munition da dran verballert, um zwei Gegner wieder zu mähen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ah, Munition. Sehr schön. Spiel gespeichert. Na komm, zeigt euch, ich weiß, dass ihr da seid. Ihr versteckt euch hier. Ja. Ja, das ist ein bisschen böbel gerade so, ne? Das ist ziemlich gerade viel. Gehe ich nur so ein bisschen dumm. Ich stelle mich auch nicht gerade clever an. Das ist jetzt wirklich nur hier oben noch. Auch nichts mehr. Auch nichts mehr. Gut. Das gefällt mir. Der hat aber auch wieder keine Munition für mich. Aber ein Mad Kid immerhin. Das ist ja schon mal eine Sache. War nicht so verkehrt. Dann laden wir mal eben schon ab, was da da wird. Ja, dann lass mich doch mal gucken, du Idiot. Und vor allem rennen wir nicht in die Schussbahn. Idiotenpack, ey. Auch wieder bis zu wenig Munition. Das ist doch wieder echt Grütze. Hat der denn nicht eben noch Munition hier? Hm, komisch. Ja, ist egal. Da ist auch nichts mehr. Gut, dann machen wir weiter. 30 Schuss habe ich noch. Sollte genügen, um hier noch durchzukommen. So, der ist auch erledigt. Hm. Die möchten wir nach Möglichkeit nicht beschießen, da oben. Und weiter geht's. Um die Tiefe des Kanals zu müssen, aber... Ups, die gehören ja zu mir. Sorry. Ah, das Haus. Ja, alles klar. Schaffst du es nie mehr? Das ist doch einer. Das ist doch alles erledigt. Peng. Und das war's. Den hab ich wohl nicht so getroffen eben. Und dann ist hier noch einer. Und tschüss. War's das? Okay. Nur noch 20 Schuss laufe ich da jetzt rein. Das ist ja echt lustig. Hm. Dumm. 30 Schuss noch. Oh. Das kann ja weiter werden, ey. So. Hat der jetzt noch Munition für mich? Ja, schön. Okay. Gehen wir weiter. Oh, ich hab's geschafft. Oh, cool, ey. Ich dachte, die Mission dauert noch ein bisschen. Aber gut. Ähm. Wir haben die Kanalmission abgeschlossen. Und gehen dann beim nächsten Mal stramm dem Ende der Russenkampagne entgegen. War noch richtig unlustig die nächste Mission mit so ein paar haarigen Positionen. Aber das macht nichts. Ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und sie heißt Let's play Call of Duty. Bis dann. Hmm. Vielen Dank.